Ich heiße Hanna und ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Rolf Kuhn. Wir gehen sehr oft in Produktion, im Büro, mit Mitarbeitern, mit Kunden. Wir terminieren auch sehr oft. Als ich am Anfang erfahren habe, dass wir diese Brandschutzprodukte produzieren, war es auch für mich etwas ganz Besonderes, weil wir schützen ja wirklich Menschen mit unseren Produkten. Hashtag Team Leben schützen.